Die Xenopodioidi sind eine Unterfamilie in der Familie der Fuchsschwanzgewächse. Beschreibung Zu den Xenopodioidi gehören einjährige und ausdauernde krautige Pflanzen, Halbsträucher, Sträucher oder kleine Bäume. Die Laubblätter sind meist wechselständig und flach. Häufig kommen eingeschlechtige Blüten vor. Viele Arten sind einhäusig getrenntgeschlechtig oder haben gemischte Blütenstände aus zwittrigen und eingeschlechtigen Blüten, zweihäusig. Getrenntgeschlechtig sind Spinazia, Ragodia, Greyeye, Exomis und Atriplex. Den weiblichen Blüten vieler Atripleis E fehlt meist die Blütenhülle, dafür sind sie von zwei Vorblättern umhüllt. Arten mit Blütenhülle haben bis zu fünf periente Blätter. Der Same ist horizontal oder vertikal mit ringförmigem oder hufeisenförmigem Embryo. Verbreitung Die Xenopodioidi sind weltweit verbreitet, die Wurzeln der Unterfamilie liegen in Eurasien. Systematik Die Gattungen dieser Unterfamilie wurden früher in die Familie der Gänsefußgewächse gestellt. Die Unterfamilie Xenopodioidi wird nach Fuentes Basaniel in vier Tribus gegliedert und enthält etwa 26 Gattungen, Tribus Ansarine E. Mit den beiden Gattungen Spinat mit drei Arten in Nordafrika und Vorderasien, beispielsweise echter Spinat Blitum L. Mit etwa zwölf Arten nahezu weltweit, beispielsweise E. Hier werden von Fuentes Basaniel auch die Gänsefüße eingeordnet und in mehrere Gattungen unterteilt. Archea Triplex G. L. LCHU 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 Mit zwei Arten im westlichen Nordamerika LCHU 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 Atriplex Pedonjulata L. Portula Keilmelde L. S. Y. N. Atriplex Portula Coides L. Halimione Farusefri L. In Holmbergia Hicken, mit der einzigen Art. Holmbergia T. V. T. Spick, es ist ein Strauch in Bolivien, Paraguay und Argentinien. L. Lipandra Emoku, mit der einzigen Art. Vielsamiger Gänsefuß S. Fuentes Uotila und M. Bosch S. Y. N. Chenopodium Polyspermum L. Manochlamis Ellen, mit der einzigen Art. Manochlamis Albidjans Ellen. Dieser Halbstrauch kommt im südlichen Afrika in Namibia und der südafrikanischen Kaprovinz vor. Sein Lebensraum sind felsige und sandige Hänge, Sanddünen und Straßenränder. Microgynohizium Huck F. Mit der einzigen Art. Microgynohizium Tibeticum Huck F. Sie kommt in Tibet und Sikim vor und wächst in alpinen Wiesen und an gestörten Stellen. Micromonolepis ULBR. Mit der einzigen Art. Micromonolepis Puschela ULBR. Sie kommt im westlichen Nordamerika vor. OX-Ü-Basis K und M. K. I. R. Mit fünf Arten, beispielsweise dickblättriger Gänsefuß S. Fuentes Uotila und M. Bosch S. Y. N. Cennopodium Rubrum L. Poatriplex Stutz und M. G. L. C. H. U. Mit der einzigen Art. Poatriplex Plyenser Stutz und M. G. L. C. H. U. Kadereit und M. A. Suchur. Mit einer charakteristischen Behaarung aus Sternhaaren. Mit drei Gattungen. Exyris L. Mit etwa sechs Arten in Zentralasien, Himalaya und westlichen China. Geratokapos L. Mit zwei Arten in Osteuropa und Westasien. Hornmelden. Mit etwa acht Arten in Erasien und Nordamerika. Beispielsweise Europa-Hornmelde-Gödenst. Tribus Dyspnea E. Zykloluma M. O. Q. Mit der einzigen Art. Zykloluma A. Triplicefolium J. M. Kulter. Sie ist weit verbreitet in Kanada, den USA und im nördlichen Mexiko. Drüsengänsefuß. Mit etwa 42 Arten weltweit. Beispielsweise mexikanischer Drüsengänsefuß. Auch E. Pansotimusiakin und M. Clemens. Sackleia A. Gray. Mit der einzigen Art. Sackleia Sackleiana R. Y. D. B. Diese sukkulente einjährige Art kommt im westlichen Nordamerika vor. Teloxys M. O. Q. Mit der einzigen Art. Teloxys Aristata M. O. Q. Er ist in Osteuropa und im temperierten Asien heimisch und wächst eingebürgert in Ostasien. Teilen von Mittel- und Südeuropa sowie im nordöstlichen Nordamerika.